Hallo zusammen, zur Feier des Tages mal aus einer anderen Perspektive. Ich glaube, normalerweise bin ich immer so, aber jetzt bin ich so. Und gefällt euch so besser oder doch lieber so? Nee, also ihr wisst, was ich meine, oder? Egal. Hier geht es um Milka und es ist das allererste Milka-Produkt, was ich hier auf meinem YouTube-Kanal teste. Das wird auch längstens Zeit, oder? Und ich fasse es nicht, diese Milka Triple Chop, die finde ich absolut unfassbar fucking geil. Die ganze Schokolade, die es gibt, ich habe davon am Freitag zwei Tafeln gekauft. Heute ist Sonntag und es ist fast gar nichts mehr übrig. Wirklich, es ist nichts mehr übrig. Ich habe hier nur noch die Reste von zwei Tafeln Milka Triple Chop. Sind tatsächlich... Ein Riegel ist noch drin, den habe ich mir auch bewahrt, damit ich euch mal ganz kurz nochmal zeigen kann, wie geil diese Milka Triple Chop ist die geilste Schokoladenerfindung ever. Echt. Hätte ich eine Zwiebel jetzt, ich würde auch heulen, ja? Das fühlt mich dann wirklich emotional überreizen. Überreizen. Nee, es ist wirklich zu schön, um wahr zu sein. Milka Triple Chop ist der Hammer. Ihr habt hier... Ich packe das hier mal aus, ne? Ihr habt das gesehen, Triple Chop. Ich habe die im Edeka entdeckt, glücklicherweise. Man hat hier drei... Die sind ganz schön groß, die Riegel, ne? Drei verschiedene Riegelchen. Und jedes Dingchen hier ist anders gefüllt. Jede Kammer ist anders gefüllt. Ich beiß jetzt mal hier rechts rein. Guck mal. Das ist die flüssige Schokolade. Die ist schon ziemlich, ziemlich geil, lecker. Vielleicht kennt ihr die auch aus Milka Splash. Aber Milka Splash hat auch flüssige Schokolade. Lecker, lecker. Habe ich mal ausgesaugt. Die Schokolade auch ausgesaugt. Das ist schon mega, mega lecker. In der Mitte, es wird immer fester. Das ist so das Geheimnis. Von rechts nach links wird es fester. Oder hat man dann einen dickeren Schokoladenkern. Es wird immer fester und meiner Meinung nach wird es auch immer leckerer. Die ganz flüssige Schokolade, okay. In der Mitte fängt es schon an, richtig geil zu werden. Aber das aller, aller, allergeilste kommt, wie immer, zum Schluss. Und das schmeckt krossig, kranschig. Also ehrlich, dieses dritte Schokoladending ist so mega abgefahren lecker, geil. Wirklich. Schokoladenfinger. Passiert. Passiert, was hier passiert. Ist, oh, Schoko-Gorgasmus. Die höchste Auszeichnung, die ich jemals auf meinem Kanal für Schokolade vergeben kann. Geht an die Milka Triple Shop für einen waschechten Schoko-Gorgasmus. Jeder Schokolade, die wir aber ein bisschen Schokolade lieben. Wie gesagt, es wird von Riegel zu Riegel geiler. Flüssig, okay. In der Mitte fester, lecker. Und ganz rechts, die ganz, ganz feste Schoko-Variante. Ist abgefahren. Mega lecker. Die Schokolade ist gefährlich. Kauft nicht zu viel davon. Kauft nur eine Tafel. Weil ich habe zwei Tafeln gekauft. Und in zwei Tagen ist davon nur noch eine Tafel übrig. Beziehungsweise diese zwei Riegelchen. Absolut mega geil. Bevor ich jetzt die Reste hier verspeise und euch damit langweile. Denkt dran, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Für noch mehr geile Milka Produkte. Und ja, was wollte ich noch sagen? Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Kommentare, Kommentare, Kommentare. Ich freue mich auf euch, auf eure Kommentare. Bis dann. Tschüss.